Das Duell FC Bayern München gegen den FC Barcelona sollte entscheiden, für welche Mannschaft es noch ins Halbfinale geht. Beide Mannschaften respektieren sich auf allerhöchster Ebene und das merkte man dann auch hier zu Beginn dieses Fußballspiels. Es wurde sich abgetastet und ein von großer Vorsicht geprägtes Spiel startete. Der FC Barcelona über die linke Seite nach einer knappen halben Stunde mal mit Jordi Alba gefährlich, zieht in den Strafraum ein. Aber Davis hat dabei keine Probleme, den Ball dann zur Sicherheit ins Tor auszuklären. Aus dieser Ecke resultierte nichts, der FC Bayern München kam dann knapp 10 Minuten vor dem Seitenwechsel. Das erste Mal wirklich nach vorne auf, Robert Lewandowski holt hier einen Einwurf raus, führt ihn dann schnell aus, fielte dann in der Mitte. Leon Goretzka legt quer zu Thiago und das war die erste richtig gute Möglichkeit in dieser Partie, die Marc-André Ter Stegen vereiteln muss. Ein sauberer Schuss, etwas zu zentral getreten und dementsprechend kann da Marc-André Ter Stegen fliegen und zur Showeinlage klären. Den weiß gekleideten Münchner, aber sie wurden nun besser. Auch Chelsea im Rückspiel, obwohl es nicht mehr nötig war, wirklich an die Wand gespielt. Und der FC Barcelona tat sich auch gegen den SSC Neapel schwer. Hier dann ein Foul unmittelbar vor der Strafraumgrenze, nur wenige Zentimeter weiter in Richtung des Tors und es hätte hier 11 Meter gegeben. Eine Freistoßposition hier aus allerbester Position für Robert Lewandowski und Co. Auch nicht die schlechteste Situation. Zweite Minute der Nachspielzeit. Barcelona macht sich da auf etwas gefasst. 18 Meter Torentfernung. Thiago legt aber quer, anstatt dass Lewandowski selber drauf schießt. Das macht das Ganze hier zu einer ungefährlichen Aktion und bringt dann das Duell ohne Tore erstmal in die Katakomben. Messi eben kurz im Anschnitt gesehen, komplett wirkungslos. Aber allgemein war es eine verhaltene Partie von beiden Mannschaften. Der FC Bayern wurde jetzt zum Ende hin der ersten Hälfte, aber besser und offensiv gefährlicher. Springen wir in den zweiten Durchgang. Der knüpfte dann daran an, wo der erste aufhörte. Der FC Bayern München machte es besser und bekam wieder eine Standardsituation aus dem linken Halbfeld. Robert Lewandowski lupft den Ball rein. Da findet sich dann keiner auf dem zweiten Pfosten und die Situation verpufft. Der FC Barcelona nach wie vor ideenlos. Der FC Bayern war aber auch vorne. Mittlerweile mehr und mehr aktiv. Hinten ließen sie kaum etwas zu. Robert Lewandowski treibt hier an. Legt zu Thiago. Der versucht selber. Muss vielleicht noch einmal querlegen. Und wir warteten auf die erste hundertprozentige Torchance in diesem Duell. Schon eine Stunde von der Uhr. Tolisso mit viel Platz. Der steckt zu Lewandowski. Gnabry auf links von Thiago bedient. Thiago aber jetzt wieder im Zentrum aktiv. Tolisso, Thiago, Leon, Goretzka. Und da ist der Ball im Tor. 62. Spielminute. Eine schier endlose Ballstaffette des FC Bayern München zahlt sich aus. Die Geduld, die sie in dieser Situation beweisen, bringt das Führungstor. Marc-André Ter Stegen dann aus kurzer Distanz ohne eine Möglichkeit der Abwehr. Noch 20 Minuten zu spielen. Konnte der FC Barcelona sich davon noch einmal regenerieren. Suárez und über links jetzt beispielsweise viel Platz. De Jong und Messi lösen es aber über die Mitte. Lionel Messi. De Jong, Suárez und Antoine Griezmann. Was für eine Parade von Manuel Neuer in der 74. Spielminute. Spitzer Winkel ja, aber trotzdem ein kraftvolles Geschoss, das der Münchner Schlussmann hier abwehren muss. Der FC Barcelona aber jetzt zum Ende hin tatsächlich nochmal mit Gefahr. Messi schickt Semedo über die rechte Außenbahn. In der Mitte, Suárez mit dem Kopfball. 80. Minute. Manuel Neuer aber ohne Probleme hält den Ball sogar fest. Und so verstrich weiter die Zeit. Nachspielzeit. Der FC Bayern wusste es jetzt, den Ball vom eigenen Tor fernzuhalten. Davis über die linke Seite mit Serge Gnabry. Der legt nochmal quer. Goretzka. Thiago. Ein weiteres Mal aus der zweiten Reihe. Erfolglos. Aber trotzdem ging es mit diesem 1 zu 0 zu Ende. Der FC Bayern München siegt durch den Treffer von Leon Goretzka in der 62. Spielminute. Ein verdientes Resultat. Der FC Barcelona konnte die Offensivspieler rund um Messi nicht gut einbauen. Und so geht es für den FC Bayern München nach einem nächsten schönen Triumph ins Halbfinale. Und so geht es für ihn dann Mit deiner tortof zu